Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der Frage, mit welcher Frequenz Lampen flackern. In diesem Fall betrachte ich dabei die klassische Glühlampe. Die betrachtete Situation ist dabei sehr einfach, denn ich gehe davon aus, dass ich an die Glühlampe eine sinusförmige Wechselspannung anlege mit einer Frequenz von 50 Hertz bzw. einer Periodendauer von 20 Millisekunden. Die sinusförmige Wechselspannung soll einen Effektivwert von 230 Volt haben, allerdings ist dieser Wert der Spannung in diesem Fall nicht so wichtig, denn es geht ja hier um die Frequenz. Da es sich bei der Glühlampe um einen ohmschen Verbraucher handelt, wird der Strom, der sich hier nun einstellt, ebenfalls sinusförmig sein und keine Phasenverschiebung zur Spannung aufweisen. Das heißt, die Nulldurchläufe und die Maximalwerte werden zum gleichen Zeitpunkt auftreten, wie bei der Spannung. Möchte ich nun die Leistung betrachten, die von der Glühlampe aufgenommen wird, so muss ich nun Zeitpunkt für Zeitpunkt den Spannungswert mit dem Stromwert multiplizieren, dass sich die Leistung aus p gleich u mal i ergibt. Dabei fällt auf, dass in der ersten Halbwelle für die Spannung und den Strom jeweils nur positive Werte existieren, sodass also für die Leistung ebenfalls nur positive Werte zu erwarten sind. Für die zweite Halbwelle gibt es nur negative Spannungswerte und negative Stromwerte. Wenn ich zwei negative Werte miteinander multipliziere, kommen nur positive Werte heraus. Es ist also zu erwarten, dass für den Leistungsverlauf der Lampe auch unter dieser Halbwelle nur positive Werte auftauchen. Wir sehen hier das entsprechende Bild, in dem jeweils Zeitpunkt für Zeitpunkt der Strom mit der Spannung multipliziert wurde und wir sehen, dass für die erste Halbwelle der Spannung und auch für die zweite Halbwelle der Spannung für die Leistung jeweils nur positive Werte auftreten. Das bedeutet doch aber nun, dass sich der Verlauf der Leistung bereits nach 10 Millisekunden wiederholt und das bedeutet wiederum, dass die Leistungsaufnahme mit einer Frequenz von 100 Hz stattfindet. Die Lampe wird also mit 100 Hz Leistung aufnehmen. Was bedeutet das nun für den Lichtstrom, den die Lampe abgibt? Man könnte ja nun erwarten, dass der Lichtstrom in den Zeitpunkten, in denen die Lampe keine Leistung aufnimmt, ebenfalls 0 ist. Man sieht jedoch, dass der Lichtstrom keine Nulldurchgänge aufweist. Der Lichtstrom ist sinusförmig mit einer Frequenz von 100 Hz, denn bereits nach 10 Millisekunden wiederholt sich der Verlauf. Ja, das muss ja zwangsläufig so sein, da auch die Leistungsaufnahme eine Frequenz von 100 Hz bzw. eine Periodendauer von 10 Millisekunden hat. Jedoch gibt es keine Nulldurchläufe. Wir sehen hier die Leistungsaufnahme, die ja Nulldurchläufe hat, und den Lichtstrom Phi, der von der Lampe abgegeben wird, der eben keine Nulldurchläufe aufweist. Das ist bei der Glühlampe recht einfach zu erklären, denn das Leuchten entsteht ja in erster Linie durch das Aufheizen des Glühfadens. Und da der Glühfaden nun auch in diesen Zeiten, in denen die Leistungsaufnahme gering ist bzw. Null ist, immer noch sehr heiß ist, wird er auch in diesen Phasen noch Licht abgeben. Es entsteht also ein mehr oder weniger konstanter Lichtstrom, der eine Oberwelle von 100 Hz aufweist. Damit ist das Licht der Glühlampe relativ angenehm und relativ gleichmäßig, denn es entstehen keine kompletten Unterbrechungen. Trotzdem hat dieses Flackern der Lampe Nebenwirkungen. Es kann zum Beispiel auch bei Glühlampen zum sogenannten Stroboskop-Effekt kommen, auf den ich hier nicht näher eingehe. Und das Flackern von Lampen kann unter anderem auch Kopfschmerzen verursachen. Ja, das war es schon zu diesem einfachen Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen gut vermitteln, warum Lampen in etwa mit einer Frequenz von 100 Hz flackern. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.